Bonjour, madames et messieurs. Wie versprochen, werden wir bald weitermachen. Was heißt, hier werden wir bald weitermachen? Ich mach grad bald weiter. Ich laber schon wieder Müll. Es ist viel zu früh. Es ist 7 Uhr morgens. Und die Arbeit ruft mich. Aber erstmal das wichtige Drama-Mystery. Und irgendwie bin ich viel zu fit. Ui! Die! 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 Was bist denn du? Oh ne! Oh ne! Meine Blume! Äh, ey! Komm, 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 komm! Jawohl! Ich möchte dich... Mäh! Sal, kann ich dich noch gebrauchen? Yoshi's Island? Oh ja, Yoshi's Island. Haha! Uh! Uh! Oh ne! Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne! Ach, du grüner Kobold. Apropos grüner Kobold. Es ist bald St. Patrick's Day. Wooser! Freu ich mich schon den ganzen März drauf. Zwei Tage noch. Jihau! 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 Du schüt! Dann heißt es wieder als Kobold rumrennen. Sofern es die Arbeit zulässt. Die letzten beiden St. Patrick's Days habe ich auch mit zwei Freunden, ähm, Schokotale verteilt. Und wer war denn als Kobolde verkleidet? Das war ganz spaßig. Äh, du kleiner grüner Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Wenn mein böse Wicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, 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 sticht. Juhu! Spuck. Spuck, spuck. Da! Mim. Ah! 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 How mean! Au! Fü- So, jetzt nochmal. Dammit. Höh! Ich hab noch ein Leben, ich hab noch ein Leben. Uah! Der lebt ja noch. Das habe ich jetzt gar nicht geschnallt. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Ey. 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 Hm. Nein, was ist das? Höh! Höh! Und? Ey, wow. Geht's noch? Baw, bow, bow. Mh. Ich würde ja gerne wissen, was da unten alles drin ist, weil irgendwo ist bestimmt ein Pilz. Und den will ich eigentlich schon haben. Ach, egal. Ja. Ja. Versus Ludwig. Ludwig van Koopa. Irgendwas stimmt mit deinem Panzer nicht, mein Lieber. Ah! Okay, das reicht dann schon. Okay, aber immerhin weiß ich, dass es reicht, wenn man... Hä? Wenn man... die Goomba so klein macht. Nicht sonderlich helle, was? Aber egal, ey. Ach komm, jetzt sterbe ich an einem Goomba. Ui. Was ist denn jetzt los? Ach so. Hoch bin ich eigentlich nicht. Alter Schwede, jetzt reicht's aber. Ich glaube, ich sollte die erstmal ein bisschen dezimieren, hey. Ätz. Alter. Alter. Ludwig, du nervst. Yes. Yes, 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 yes. So. Genug Nostalgie. Es geht weiter mit Bridge of the Spy. Und das hört sich schon wieder so scheiße an. Ich erinnere mich dann an die Bridge of the Storm. Ach du Shit. Oh Gott. Ja. Huh. Alter Schwede, ich muss hier jetzt... ein bisschen öfter saven. Na-ni-na-ni-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na. So. Irgendwie habe ich es im Urin, dass ich diesen... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey, wow, 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 wow. Für das, dass ich nur... ein Leben verloren habe, gar nicht mal übel. Ich habe eigentlich gedacht, ich krepiere jetzt. Ah, 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 ah. Ich sehe den Tod ins Angesicht. Zip, 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 zip. Ja, ja. Nein, 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 bleib da. Ah, 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 ah. Oh, was? Stopp. doğrst du lam spik delge prompts this brand Sf. Shik hhud支 letch sin Ary keer pe Liz awake! Prepare yourself…… jesus Und wie soll ich dich denn bitte töten? Ah! Boink. zin ACH! Dann komm schon, du blauer Stachelball. Ich möchte, dass du einen Goomba mir gibst. Yee! Boing! Boing! Ich finde es interessant, dass man einfach nur stehen muss bei dem. Vielleicht noch mal ein paar Schritte zur Seite gehen. Ich schlafe dabei mal eine Runde. Soll der mich wecken, wenn was ist? Ah, jetzt. Gute Nacht. Goomba! Jetzt wird aber jemand schnell. Ach, komm. Na, hopp. Hopp, hopp. Go, 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 go. Danke. Hier. Meine Güte. Na. Und... Nimbus. Nimbus. Oh mein Gott. Nimbus. Wow, 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 wow. Wow! Äh, wow. Ich komm nicht vorwärts. Ihhhh. What a scheiß Wetter. Ach du Kacke. Ich glaub, das wird noch böse enden. Ich glaub, hier verlass ich mich mal nicht auf meine Ninja-Skills. Huh. Run! Ey, huh, nein, nicht run. Fuck, 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 fuck. Du dummer Koopa, du sollst... Ja. 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 Oh, wow, 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 wow. Es ist mir wurscht. Ich will hier nur vorbei. Danke. Alter. Pilz. Danke. Also, ich find das... Wow. Jetzt ja nicht sonderlich freundlich. Ach so, das ist gar kein Abgrund. Scheiße. Jetzt hau ab. Blup. Äh. Äh. Blup. Ob. Ja, jetzt hört der Wind auf, das ist ja klar. Ich slide ins Verderben. Hips. Rump. Oh Gott. Shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das... Das ist erlangt meine Konzentration. Das ist Öl's Scheiße zu steuern. Was denn jetzt schon wieder... Das ist jetzt schon wieder... Storm, what are you doing here? Äh... Prepare to dieeeee! Tch... Now you see the darkness of death! Äh... Beinnert mich irgendwie an an an... Cooper von... von Paper Mario. Zumindest wegen dem Halspunt. How dare! Ja, cool! Is es sogar! Keep away, Coot! You helped me some time ago, and now I'll return it. Darf ich jetzt mit Cooper spielen, oder was? So... Mal gucke... Ich bin's an. Cooper vs. Storm, tatsächlich. Jeeha! Tch... Round one fight. So... Hihi... Ach Gott, schau, das ist lustig aus, wie der da steht. Ähm... Okay, Blitze sind ungesund. Das heißt... Ich sollte mich wieder... auf meine Ninja-Skills verlassen. Achja, ich bin außerdem der siebte Turtle. Äh... Oh Gott. Na ja, so muss es gehen. Ne, hups... Das war ein bisschen zu weit. Die Augen... Ui! Du, Sir, bist nicht gut. Ui! Jetzt geht's aber rund hier. Das ist mir wurscht. Komm her! Puh! Der war witzig. Muss ich zugeben, hat Spaß gemacht. Was ist denn jetzt los? Achso. Ich komme zu Mario, um uns zu helfen. Während ich weg bin, climb den Mountain. Soon, wir treffen uns heute. Good luck. See you soon, Koopa! Gut, 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 gut. Und, da ich jetzt auf arbeiten muss, beende ich jetzt. Earth-Catacombs. Ist das nächste. Gut. Also, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Also, ade!